Es ist wieder der gleiche Bauzaum vom letzten Jahr, nur Freihunger Brezelspitzen. Es ist wieder der gleiche Bauzaum vom letzten Jahr, nur Freihunger Brezelspitzen. So, wir müssen gerne hin und hergehen, aber bitte denken, die anderen Menschen kommen dann wieder rein. Sie kommen dann die Passauer Straße wieder rein. So, Rosenium! Rosenium Freihung, sie gibt ja 22 Malzum im Landkreis. Und in 1001 Nacht am Dauersberg, da strahlt ein Hotel, das auf sieben Scherchen liegt. Scheiß ich euch nur so eine Tausendung, die kam eben von der Haltung in der Welt. Und lantern adulterte Stelle aus dem zwischen. Wie kommen am R Bear? Wie habe ich es genau erwutet? R60 Hifying Jetzt sind wir in Reisungsgewicht. Rotenium, Hecht. Genau, Vorsicht! Die Bulldogs werden ja immer breiter. Glück! Glück, Bergjähl! Was? Wir haben die Maschinen aus der EU, die scheint sehr gut auszuliefert. Wir haben uns zu erwarten, gar nicht kurz aus dem Ort. Das muss ich bestimmt am Ende eingefallen.